Yo, Dre, what up? I got something to say. Ihr hört hier ein paar Jungs aus Campton. Ice Cube, Easy E und Dr. Dre. Die wollen einen WA? Gehen wir einen WA. Was denn mit der Kohle? Was bist denn so Rücksicht für das, Eric? Wo soll's denn hingehen? Ich wollte nur nach Hause. Das ist mein Sohn! Gehen Sie wieder in Ihr Haus! Wollen Sie doch nicht mit meiner Mutter reden! 50 Dollar, Andre. Mit deiner Plattenspielerei kannst du hier keine Rechnung zahlen. Das ist ein Anfang. Wenn du die Chance hättest, die Situation zu verändern, würdest du es tun? Wenn der Beat losgeht, hau rein. $2,000 steht in my six phone. Hey, das war dope. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung von Hip-Hop, aber ich weiß, dass ihr was Besonderes seid. Wollt der Nigger irgendwo hin? Sie können nicht herkommen und einfach Leute aufgrund ihres Aussehens festnehmen. Diese Sorgen verherrlichen Gangs und Drogen. Unsere Kunst spiegelt unsere Realität wieder. Erzähl ein bisschen Wahrheit und die Leute rasten aus. Das sind nicht die Crips und Bloods. Das hier ist eine Warnung von der Regierung. Wir wollen uns vorschreiben, welchen Scheiß wir spielen dürfen. Aber wir sind N.W.A. Mann, wenn wir weitermachen, können wir die ganze Welt übernehmen. Police coming straight from the underground. We're coming straight out of time. Wie hast du es geschafft, von einem Drogenverkäufer zu jemandem zu werden, der im Weißen Haus zu Abend ist? Nöge? Das sind deine Texte? Krasser Scheiß. Ich mach nichts anderes, Alter. Ich hab einen heftigen Beat und einen Text für echten Straßenrap. Und was willst du damit machen? Cruising down the street in my six bones.